Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead 400 Days. Wir haben schon zwei Geschichten hinter uns von Vince und Wyatt übrig geblieben sind noch Russell, Bonnie und Shell. Und da habe ich mir gedacht, ja komm schauen wir uns mal Shell als nächstes an. Ob Shell vielleicht eine Abkürzung ist für mich Shell? Oder heißt die Tussi wirklich Shell? Ich weiß es nicht. Wait. Hey Shell, deine Freundin ist ziemlich gut, oder? Bekka hatte eine gute Lehrerin, Stef. Danke für das tun. Sie braucht etwas zu fokussieren, außer, you know, alles andere. Ja. Growing up in einer Welt wie dieser, was du denkst, das für ein Kind? Ich versuche, dass sie von ihnen so viel wie möglich zu retten. Dinge hier sind, für heute. Und jetzt, ich wollte sie mit diesem, nicht was außerhalb dieser Bühne. Bekka ist ein guter Kind. Es sind die Zeit zu verdammt, und sie wird durch das. Aber wenn wir sie von ihnen erleben, zu erleben, etwas von der verdammt, die ich gesehen habe. Danke, Stefanie. Danke. Bekka, das war großartig. Danke, das war großartig. Danke, das war großartig. Danke, das war großartig. Du denkst, dass wir so etwas wie das, jede Woche? Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir alle in das, wie ein Kindes-Talent Show. Das war großartig, Bekka. Wir können alle ein bisschen mehr Musik in unsere Leben. Ich habe dich gesagt, dass ich in eine Band gespielt habe? Ja, Roman, du hast uns gesagt. Sie wollen es nicht wieder hören, zu hören. Okay, okay. In diesem Fall, wir gehen nach Arbeit. Oh, und dank an Boyd's hard work on the vegetable garden, wir haben frisch süp heute Abend. Okay, wir gehen nach. Du willst mir und Shell helfen, die Supply Inspektion? Cool. Du check die Flaschläte diese Zeit. Ich schaue die Schäuze. Okay, aber bemerkbar. Die Menschen sind auf diese Zeit. Wir können sie nicht schrauben, weil wir schäuze sind. Shell, wenn du einen Moment hast, meet me out back. Help me feed the Watchdogs. Sure thing. Ah, dann können wir jetzt mal wenigstens ein bisschen rumlaufen hier mit der Shell. Das ist ja auch mal was Neues. Ähm, gut, dann schauen wir uns jetzt mal hier kurz mal die Waffe an. Die checkt nämlich die Waffen. Alles klar, dann haben wir also viel Munition, das ist gut. Ich weiß nicht. Willst du es herausfinden? Ja, in einem Moment. Okay, Taschellampen, dann schauen wir uns das mal auch an. Ja, es sind ja einige da, das ist gut. Es ist noch eine kurze. Wir haben nie das andere Flaschläte gefunden? Nein. Es ist noch in der Kornfeld irgendwo, ich glaube. Ah, Maisfeld. Ja, in Maisfeld möchte ich lieber nicht gehen. So, wir werden mal jetzt gucken, was der Typ denn da wollte. Er wollte nämlich, dass wieder nach hinten kommen und er irgendwie die Wachhunde füttern möchte oder so. Und dann schauen wir uns das mal hier jetzt ein bisschen an. Vorratskammertür, ist das eventuell da drin oder ist das vielleicht hier? Nein, Küchentüren. Die Küchentüren interessieren mich ziemlich wenig. Ah, wir könnten die Suppe rühren. Ja, komm. Dann rühren wir mal die Suppe hier. Ah ja. Ich hätte jetzt auch gerne Suppe. So eine leckere Tomatensuppe oder eine Kürbiscremesuppe. Ja, mhm. So, Employees Only. Wo ist denn das? Ist das hier? Oh, du hast mir Angst. Er ist Hunger. Ich glaube, er weiß, dass es die Pfingung ist. Das ist schrecklich. Ich kann dich nicht mit dir da. Du weißt, deine Freundin sagt, dass du das nicht interessiert hast. Roman, wir haben uns darüber gesprochen. Bekka braucht es nicht mit diesem Thema. Ich weiß, du denkst, dass sie eine einfache Leben ist, was besser ist. Aber das ist wirklich nicht. Das ist weit weg von einer einfache Leben, Roman. Du wißt du, was ich meine. Sie muss wissen, was wir machen müssen, um in dieser Welt zu leben. Als lange sie wissen, wie sie sich schützen, ist gut. Ich will sie nicht stoppen, über die Leute. Okay. Was ist das, Aiden? Ich weiß nicht. Ich werde es ausprobieren. Ich muss zurück nach vorne. Ich freue mich auf dieses Soap. Okay, wir sollten mal also abchecken, was der Walker da drüben eventuell frisst. Was hat denn der da drüben? Hat er was Leckeres? Gib mir auch was ab. Was denn? Ist das ein Hund? Ich habe es nicht gesehen. Ich will es sehen. Na, das ist wohl ein Hundi. Nicht nett. Alles klärchen. Ja, da frisst ihr lecker vor sich hin, ne? Lecker Gedärme. Das schmeckt dir, oder mein Kleiner? Hey, 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 hey. Vorsichtig, Mann. Immer schön mit der Ruhe. Immer schön mit der Ruhe. So, ich geh mir mal die Suppe anschauen. Ich habe Bock auf Suppe. Ich habe es nicht. Schöne, du bist alles wiederum. Was ist dein Problem? Ich mache das immer so. Ich mache das immer so. Du bist nicht so pissed. Du, einfach... Du kannst nicht nach zu gehen. Nicht mehr. Das ist nicht sicher. Aber... Was, wenn ich ein Waffen hatte? Ich könnte, ich habe gedacht, du bist ein Walker. Was bist du, was? Ich... 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 Ich habe nur die Walkers nach hinten gesehen, um ein Puppe zu essen. Ein Puppe? Ja. Ich glaube, es hat mich einfach... Ich weiß, es war so klein. Man denkt nicht mehr über die Baby, aber nach einem Zeitpunkt, man einfach das ist, dass das alles ist. Ja. Ich glaube, man sich etwas vergessen. Genau. Aber dann, du weißt, da ist es. Du siehst, und du willst es schützen, und jetzt ist es weg. Das tut. Vielleicht, wenn Clive stirbt, können wir ihn da hinunter. Er würde einen besseren Watchdog machen, sowohl. Becca. Shell! Becca! Something ist passiert draußen! Was ist es? Ich weiß nicht, etwas Schlimmes. Wir müssen Roman finden. Irgendwas ist los. Irgendwas ist los. Was ist denn? Zombie-Attake? Komm hier! Jeder! Scheiße! Komm hier! Wir müssen Roman finden. Das ist tot. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Jesus! Lass ihn! Mein Gott! Was hast du getan? All I did was put on the blindfold and bind his wrists. Somebody else beat him up. He already had the cuts and bruises. Watchdogs caught him trying to steal supplies. Is he bitten? No. They didn't get that close. Who is he? I got no idea. I don't think he speaks English. I can't believe he just snuck in. It's the second break-in we've had in the last couple of weeks. Last time we couldn't catch him. They got away with more medicine than we could afford to lose. Well, we all know what it's like trying to survive out there. He just came in here for food. Let's just give him some. We'll send him on his way. What if there are more of them? He could have been scouting. That's right. He could be part of a larger group. If there were more, I think we would have seen them by now. I mean, nobody travels along the way. Ah, das gab's schon mal in der Serie, Leute. We're going to take the risk of letting him go, but why not let him stay? I guess that would be okay. We could always use more hands, keeping the place secure. Boyd, we don't need any more people here. And look at him. He can't even speak English. This group works because we know how to communicate. We can find a way for him to help. Well, he's not staying here. You let in a stranger, and everything starts breaking down. The last time we did that, we lost Bree. And then Vernon with that goddamn boat. Vernon and the boat are the reason the group fell apart. Not trusting strangers. I knew it was wrong to steal that boat. But we all went along with it, beating up that teenage boy and that man, and locking him in the shade. Stupid. That's when our group fell apart. He can't stay here. I agree. Keeping him here is not an option. In his condition, he'd be a drain on our resources. Look, we all know what we're talking about here, so let's stop dancing around it. We either let this guy go and take our chances, or we kill him. You're right. It's gotta be one or the other. We're letting him go. It's the only right thing to do. I'm telling you, we can't do that. But killing him? Is that really the answer? Stephanie, Boyd. You two don't think we should kill him. We know where Joyce and Clive stand on the subject. You're the swing vote here, Chell. What's it gonna be? Ha, natürlich muss ich entscheiden. Also Leute, wenn ich in dieser Situation wirklich wär, wo es ums Leben und Tod geht, dann würde ich sagen, tötet ihn. We can't take the risk. We kill him. There's gotta be another way. Tell me. Gibt's nicht. What if you come back? With weapons or a gang? Is it worth losing any one of us? Jesus. There really is no other choice, is there? We can't keep him here, and we can't let him go. Let's not them. There's even a chance, him coming back, telling folks that might try to hurt us, we can't risk it. I won't ask you to watch, but if we do this, we're all in it together. If this ever happens again, I'm gonna be one of you pulling that trigger. Tag 259. Do you have any fours? Nope. Do you have any sevens? Yep. I miss playing guitar for everyone. It was stupid, but fun. Why don't we do that anymore? After we had to kill that guy, there's a lot we don't do anymore. I wish things were still like they used to be. Well, Roman's too focused on making sure no one's able to break in again. You know that's impossible, right? Well, after last time. Roman isn't taking any chances. Then I should fix the loose board behind the storage lots. Becca, are you sneaking out again? Did anyone see you leave? No, no one saw me. You've got to stop doing that. You're going to get us both in a lot of trouble. I don't see why it's such a big deal. We had another break-in just last month. Becca, you know what it means if someone were to see you and follow you back here. No one is following me. There's no one else out there. Michelle, I need to talk to you. It's open. What's going on? Hey, Becca. Hey. When you get a sec, I need you to come out and talk to me. It's important. Okay. I'll be outside. You'll see me. Give us a minute. Yeah. Just don't take too long. What was that all about? Maybe he found out about the boards? Shit. You think so? If he did, I won't say anything. But you better stay away from there for a while. Okay. Stay here. It'll be just a minute. I'll fill you in when I get back. Alles gleich. In this story scheint wohl mal so ein bisschen länger zu sein. Darüben haben wir noch einen Blutfleck. Das ist wahrscheinlich von einem Typen da, den wir davor in den Kopf geschossen haben. Kann das sein, dass der Blutfleck immer noch da ist? Ich glaube, das war nämlich dieser Ort, wo sie den hingestellt haben. Wir sollten es nicht getan haben. Wir sollten es wirklich nicht getan haben. Ja, jetzt ist es zu spät. Aber ich hätte ihn in dieser Situation wirklich genauso erschossen, ehrlich gesagt. Warum sollen die Leute, die ich mag, oder Familie, beziehungsweise in Gefahr kommen, wegen eines Fremden? Der könnte wieder zurückkommen mit seinen Leuten und weiß dann, dass sie Menschen sind. Und da gibt es Essen und alles. Und dann könnten alle umbringen und so. Und da bin ich nicht wirklich der Fan von. Und so, wir könnten hier noch ein bisschen labern mit diesen Typen da, was hier rumliegen, äh, stehen. Joyce, du weißt, was ist passiert? Ich weiß nicht, ob ich nichts sagen würde. Bitte, was ist es? Sie kommen Stephanie zu spüren und dann versuchen, zu erheben. Oh mein Gott. Was werden sie tun? Ich weiß nicht. Was können wir tun? Ich gehe mit Roman zu sprechen. Wir werden es herausfinden. Wer ist Stephanie? Stephanie ist doch die Schwarze. Roman? Ich habe gehört, ob ich von Stephanie gehört habe. Ja, du bist hier. Ich habe gehört, dass Stephanie zu sprechen. Ich bin sorry. Was sollst du tun? Du weißt, was wir tun. Was ist passiert? Wir haben sie versucht, zu erheben. Was ist das, Roman? Was ist das, Roman? Das ist nicht ein einfaches Ort zu leben. Wenn sie nicht mehr bleiben wollen, lass sie ihre Chance nehmen. A. Sie hatte die meisten unserer Säden, Medizin und Ammo mit ihr, und B. Sie wissen, dass wir niemanden verlassen, der weiß, wo wir sind. Sie hat uns verletzt, Shell. All von uns. Und jetzt sind wir wieder in der Position, wo wir sie nicht hier halten können, und wir können sie nicht verlassen. Sie wissen, warum ich das sage. Ich werde dir das erzählen, oder? Ja. Du hast gesagt, dass es nächste Mal ein von uns wäre. Du warst letzte Mal mit ihr. Du warst nicht überzeugt, dass es die richtige Sache war. Jetzt muss ich wissen, dass du mit uns bist. 100 Prozent. Leute, wieso muss ich da und jemanden umbringen, verdammt? Mal sprechen zu ihr. Schauen wir, ob wir sie mit ihr sprechen können. Nein. Sie versucht, uns zu entfernen, und uns zu entfernen, ohne irgendwelche Medizin oder extra Ammo. Sie wusste, das könnte das bedeuten, für jeden von uns. Wir geben sie eine zweite Chance. Sie vielleicht nicht versuchen, zu entfernen. Du hast deine Beine? Ah. Ich gebe dir ein paar Minuten, um deine頭 zu zusammen. Gott, was will ich sagen, Becca? Das ist auf dich. Hier. Whatever you say, I'll back you up. Shell? What's wrong? Am I in trouble? Es ist Stefanie. Sie hat ein paar versuchten, und versucht zu entfernen. Oh mein Gott. Was hat das gemacht? Roman sagt, wir müssen sie... Ja. Warum hat sie das gemacht? Was hat das gemacht? Was hat das gemacht? Was hat das gemacht? Was hat das gemacht? Weil dieses Ort nicht mehr安全 ist. Seitdem wir uns zu entfernen, Dinge wurden unterschiedlich. Roman ist nicht mehr zu retten. Er ist mehr zu kontrollieren. Er ist mehr zu kontrollieren. Aber es ist安全 hier. Ich meine, ja, ich will, immer wieder wegkommen, aber ich würde niemals weg. Das ist verrückt. Ich weiß nicht. Roman will mich, das zu tun. Oh, sorry. Lass uns das einfach wegkommen. Die Waffe sind da hinten. In der Schraube. Du weißt, wir müssen das nicht tun. Wir können einfach gehen. Was? Was? Wir haben uns selbst überlebt. Wenn wir einfach gehen, können wir hier rausgehen, bevor jemanden kann etwas tun. Bist du verrückt? Wo würden wir gehen? Es gibt nichts da draußen. Wenn wir hier sind, wir sind sicher. Der Grupp wird uns zu retten. Aber für wie lange? Ich weiß nicht. Lange als wir dort überlebt werden. Außerdem, du kennst die Regeln. Wenn wir versuchen zu verlassen, Roman wird uns unterhalten. Wir haben keine Wahl. Das ist das, was wir jetzt sind. Jetzt. Ich will nicht, das zu sein, wer wir sind. Lass mich das dann machen. So viele Entscheidungen! Scheiße! Ich kann doch nicht ein Kind zulassen, dass ihr das macht. Ich mach das schon. Ich mach das. Du solltest nicht immer so etwas machen. Ich brauche nur einen Moment. Das wirklich klingt. Na, kipp den Whisky hinter die Binde und los geht's. Chill. Es ist Zeit. Okay, jetzt kann ich mich also wohl entscheiden. Abfahren. Oder Stephanie totschlagen. Abfahren. Stephanie totschlagen. Abfahren. Stephanie totschlagen. Scheiße, was mach ich denn jetzt? Hä는 nicht. Äh. Nein, 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 nein,千, Scheiße, Leute. Wenn es ein Live-Stream wäre, würde ich ja bei euch hören. Ähm, fahr, fahr. Ich würde wegfahren. Ich will sie nicht töten. Ich will sie nicht töten. Ich will wegfahren. Sie hat irgendwie recht gehabt. Oder soll ich sie doch töten? Ich fahre weg. Das ist irgendwie mehr Action-lastiger. Das gefährdet sie zwar auch, ja? Weil... Jetzt eigentlich das Gatter offensteht. Da können Zombies wieder rein. Aber ich wollte sie nicht töten, Mann. Einen Fremden zu töten ist okay. Aber jemanden zu töten, den man kennt, der eigentlich in der Gruppe dabei ist. Obwohl, ich hätte sie eigentlich töten sollen. Ne, egal. Das war meine Entscheidung, Leute. Ich habe echt nicht gewusst, was ich jetzt machen soll. Okay. Okay. Wir haben es gemacht. Wir haben es einfach gemacht. Ja, wir sind auch hier durch. Wir sehen und wir haben noch zwei Star Wars. Mir gefällt das schon verdammt gut. Und die schauen wir uns natürlich auch noch an. Und haut rein, Leute. Ciao.